Bitte lasst es einfach sein. Das Video geht an alle, die viel draußen sind, Outdoorer, Buschkrafter, Survivler. Ich weiß, für viele Leute gehört ein Lagerfeuer draußen einfach dazu. Aber der Wald ist einfach viel zu trocken. Wir haben Hochsommer, wir haben schon riesige Waldbrenner gehabt. Es gibt Waldbrandwarnstufen und ich will einfach, dass ich euch informiere, wenn ihr in den Wald geht. Hier seht ihr die Karte von heute selber und Waldbrandstufe 1 heißt nicht, da ist keine Waldbrandgefahr, sondern da heißt, da ist Waldbrandgefahr, nur halt nicht so akut wie hier vor drei Wochen in Brandenburg. Seht ihr fast alles rot, da hat Brandenburg auch gebrannt, by the way. Das geht auch gerade an jüngeren Leute oder an die Anfänger am Wald. Es ist einfach viel zu gefährlich. Ihr könnt euch damit euer ganzes Leben versauen, wenn ihr einen Wald abfackelt oder euch selbst in Lebensgefahr bringen. Informiert euch einfach über die Waldbrandwarnstufen, nutzt Alternativen wie so ein Trangier, ein Hobo oder ein Gaskocher. Aber bitte kein Feuer im Wald.